Alle wissen, in Amerika isst man gerne Burger. Man weiß aber auch, man isst gerne Donuts. Und deswegen gibt es heute einen Donut-Burger. Ihr habt richtig gehört. Donut, Donut, in der Mitte, Burger. Guten Morgen. Ich bin aus Alabama. Was wir heute machen, ist wirklich total abgefahren. Und das ist etwas, wofür Amerika ja auch eigentlich berühmt ist. Nicht nur Barbecue und so weiter, sondern total abgefahrene Kreationen. Ich werde nämlich heute einen Donut-Burger essen. Ihr habt richtig gehört. Donut, Donut, in der Mitte, Burger. Und wie das funktioniert und wie das auch schmecken wird, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Das sehen wir jetzt. Ich stehe jetzt hier vor dem sogenannten Proof-Arm. Was ihr hier im Hintergrund seht, ist letztendlich eine Linie, wie wir sagen würden bei Gewürzen auch. Die produziert den Donut. Hier vorne kommt der Teig raus. Es läuft leider gerade nicht, weil die ersten fertig sind. Dann geht es auf dem Laufband in den Proof-Arm. Hier drin ist es warm, sodass der Teig aufgeht. Die Hefe wird aktiviert. Es wird zwischendurch ein bisschen hoch und wieder runter gefahren. Dadurch haben wir eine gewisse Luftzirkulation. Von hier raus geht es dann zum Frittieren. Die Donuts bleiben dann 60 Sekunden im Fett und fahren von dort aus weiter zu einem Wasserfall, der das Ganze glasiert. Ein Donut braucht 49 Minuten von hier vorne, vom Anfang bis zum Ende. Und dann wird das Ganze hier vor Ort per Hand dekoriert. Also die ganzen Donuts sind letztendlich individuell. Man hat zwar die Glasur, aber der Rest mit lustigen, süßen Sachen obendrauf, Sahne mit Sprinkles, schön bunt. Sieht super aus. Der erste Schritt für einen Donut-Burger ist natürlich der Donut. Und ich habe hier gerade drei Donuts frisch und fertig bekommen. Die sind noch super warm. Also ich würde sagen, der ist genau vor 20 Sekunden von dem Laufband drunter gekommen. Und ich probiere jetzt mal. Die sehen super lecker aus. Guckt mal, wie die glänzen. Oh my God. Das ist super lecker. Sehr süß, super saftig, lauwarm. Nicht zu aufdringlich. Also es schmeckt einfach super gut. Das Schlimmste ist ja, wenn man einen Donut isst, der dann so super zäh ist und also das ist einfach so saftig. Nach Butter, super lecker. Also jetzt haben wir auch lange genug drum herum geredet. Jetzt will ich endlich Fakten schaffen und sehen, wie das Ganze gemacht wird und vor allen Dingen es dann auch gleich probieren. Und der Name sagt schon alles. Es heißt nämlich Flatline. Das kann man sozusagen übersetzen mit Herzinfarkt oder Herzstillstand. So Chris, are you ready? Let's do it. Follow me. I will. I will. So we're going to make the Flatline Burger. Mm-hmm. So we're going to start with two fresh Angus beef patties. Okay. Not bad. Oh, it's going to have two? Two. Double. Oh, okay. Auch noch doppelt. Okay, uh, yes. So then we have a special sauce that we use to season. Yeah. And you season it right away? Right away, both sides. Okay. Nice and juicy and tender. Okay. And that's going to cook about two minutes, two and a half minutes on either side. Das riecht nach Sojasauce. Das gefällt mir schon ganz gut. Riecht auf jeden Fall sehr lecker. I just said it smells a little bit like Sojasauce. It does have some Sojasauce in the secret recipe. Ein geheimer Rezept. Six different ingredients. You got one of them. Okay, that's not too bad. Es ist einfach total unfassbar. Also wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen. Liebe Leute, jetzt bin ich hier mit dem Donut Burger. Ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich ehrlich gesagt wirklich nicht weiß, was mich jetzt erwartet. Wir haben hier zwei Patties aus Angus US Beef. Wir haben Mozzarella-Käse geschmolzen. Wir haben geschmolzenen Shedder. Zwei komplette Donuts und reicht ja nicht. Acht Scheiben kandierten Bacon. Der ist, wenn ihr das wirklich mal sehen könnt, komplett kandiert, wie paniert, mit Zucker und Ahornsirup. Das alleine reicht wahrscheinlich schon aus, dass man einen halben Herzstillstand bekommt. Ich probiere den jetzt mal. Also die Symbiose aus herzhaft und süß ist schon wirklich sehr gut. Alleine der Bacon, das schmeckt mir gut. Aber ich würde sagen, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Jetzt probiere ich mal den Flatline Donut Burger. Das Ding ist so groß, man kann es nicht in die Hand nehmen und reinbeißen. Ich fange einfach mal von unten an. Okay. Das ist tatsächlich besser, als ich gedacht hätte. Süß und salzig funktioniert ganz gut zusammen. Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht über die Qualität des Fleisches. Der Donut war sehr frisch. Den haben wir ja gerade gesehen, dass er frisch gemacht worden ist. Wir haben das Fleisch frisch gemacht. Die Süße überwiegt, muss man sagen. Also es ist schon wirklich sehr, sehr süß. Aber das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich nie wieder essen. Das ist schon ganz lustig. Allerdings muss man auch sagen, wenn man sich die Portion mal anguckt, ich glaube, es ist unmöglich, das auch zu essen. Also es gibt bestimmt jemanden, aber ich kann das nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Ich nehme jetzt mal noch ein Stück von dem Bacon dazu. Dann haben wir mal die ganze Experience. Ja. Schmeckt schon ganz gut eigentlich. Vielleicht sollte ich mal in Deutschland an einer Burger Competition teilnehmen, dann mache ich einfach einen Donut Burger. Wer weiß. Ganz ehrlich, Donut Burger only in Amerika. Den Donut Burger habe ich aufgegessen. Natürlich alles ganz komplett, alles alle. Und ich habe immer noch Hunger. Und wir sind ja hier in einem Donut Laden. Da fällt mir ein, die machen bestimmt auch noch ganz abgefahrene Sachen zum Nachtisch. Und ich glaube, den brauche ich jetzt auch noch. Kommt einfach mit. Ein S'more ist ein typisch amerikanischer Nachtisch. Der wird zubereitet aus Schokolade, Keksen und Marshmallow und wird aufgewärmt und dann hat man da so etwas, was sich ganz lang zieht. So richtig bekannt ist es bei uns nicht. Und hier setzen wir dem Ganzen dann doch mal den Hut auf und machen es besonders toll, weil mit einem Donut aus Schokolade. So we're going to start on this one with a chocolate donut. Two full-gram crackers. A full Hershey's bar. Another full-gram cracker. And eight marshmallows. So we're going to put it in to this oven right here. In right here? Yep. Can I open it up? Yeah, go right in. It's very hot. It's terrible. Yep. And this is going to toast it up just like a campfire. How long does it need to stay in there? Hi. Hi. It's only about a minute and a half to two minutes. Okay. So I'm going to set our two-minute timer. Yeah. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Da sind nicht nur Kekse und ein bisschen Schokolade drauf, sondern eine komplette Schokoladentafel. Das ist einfach unglaublich. Und jetzt bleibt das Ganze anderthalb Minuten in dem Ofen und wird sozusagen überbacken und ich bin schon total gespannt. Okay. Nice and toasty. Wow. Very, very hot. Yeah, I can imagine. Watch out. Okay. Noch nicht fertig. Unglaublich. Was kommt denn jetzt noch? Ich ahne Böses. Genau das habe ich mir gedacht. Chocolate sauce. Chocolate sauce. And to top it all off, we're going to put some powdered sugar. Und Puderzucker. Wow. And you have a smore of a donut. Unglaublich. Thank you so much. You're welcome. Jetzt gehen wir mal den Nachtisch probieren. Es riecht unglaublich lecker schokoladig und ich bin schon gespannt. Thank you, Chris. See you in a minute. Enjoy. Nachtischzeit. Ich habe den beliebtesten Nachtisch hier bestellt und zwar ist es der S'more Donut. Und ich würde sagen, ich schneide das Ganze jetzt mal an. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Schokoladen Donut, Keks, eine Tafel Schokolade, wieder Keks, acht Marshmallows. Daraus werden amerikanische Träume gemacht. Jetzt gucken wir mal, ob das meine Träume einschließt. Es riecht auf jeden Fall super schokoladig. Krass. Krass. Ich glaube, ich kriege einen Zuckerschock. Also, das ist schon ganz lecker, weil die Textur des Marshmallows mit dem Keks, mit dem Donut, das ist richtig hardcore. Das, was ihr hier seht, ist quasi die Version, die man hier in Amerika am Lagerfeuer macht. Da würde der Marshmallow dann in dem Keks sein, dass man das wie so eine Art Sandwich halten kann. Das ist quasi die amerikanische Version des Stockbrotes, so wie wir das zu Hause auch mit den Kindern machen. Jetzt nochmal mit dem Begel und mit flüssiger Schokoladensauce. Ich bin eh nicht so der Typ für süße Sachen. Das ist für mich einfach viel zu krass. Das ist süß, süßer am süßesten und ich glaube, alleine dieses Ding hier hat so gefühlte 20.000 Kalorien. Aber es gibt Leute, die mögen gerne was Süßes und man soll sich auch ab und zu was gönnen. Und dann seid ihr hier genau richtig im südlichen Alabama, in der Nähe von Orange Beef bei Crazy Donut. Kommt einfach vorbei. Die haben 30 verschiedene Versionen, normale Donuts auch oder auch Nachtische. Ich habe auch gesehen, die haben Donut mit Brisket. Also für jeden Geschmack ist etwas dabei und probiert es einfach aus, weil der Donut selber ist wirklich super lecker und darum geht es ja schließlich. Liebe Leute, das war's für heute. Ich muss mich jetzt erstmal hinlegen und eine Runde schlafen, weil ich glaube, ich habe tatsächlich einen Zuckerschock. Sehr abgefahren hier. Mein Geschmack trifft es tatsächlich nicht hundertprozentig, aber man muss ja auch tatsächlich mal ein paar Sachen ausprobieren. Und ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt, wenn es wieder heißt The Taste of Ankerkraut, diesmal aus den USA. Gebt mir ein Like bei Instagram, Facebook und bei YouTube und ich freue mich beim nächsten Mal, dass ihr wieder dabei seid. Bis bald, eure Anne.